mensch mit mensch mich ja ich habe das vorgebabelt was was da kommt ja bla 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 und wie komme ich auf wie komme ich auf den ja 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 ich hab schon ja ja bla bla ich bin richtig ja immer wieder weiter rüberkommt wie ich doch bin ich da drüben bei euch beiden was kann ich da machen auf euer profil klotzen oder was wie viele trophäen ja leck mich daran weil ich glaube so weil ich glaube so doof war schwierig ja wir waren bald doof ja wenn du so einiges ding hast bei mir war spaß ich werde zwei sinken du wolltest es in dein kopf in dein führerhausstrecke legen und ich wollte es auf der tankwahl auf mein vitor das hat auf das tank ding drauf bad man mit dem sieht es aus dass er runterfällt das geht zwar wenn es gibt ein bling pack mit einem kran wieder im baumstamm auf den der runtergeflogen ist was ist bling unter dem sie damit es runterfliegt wieso Schuss! 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 Dampft das bei ihr auch so wie ein Haus? Schuss! Bop, boop, boop! Schuss! Schuss! Was? Ich hab dich nicht genutzt, der zumindest so ein iPad dazwischen liegen kann. Wo? Ach so... Nee... ... ... Wenn du das kannst, komm kurz nach hinten. So nah war ich vor hoch. Also du dich eigentlich nicht. Siehs. Da kann man wegen ganz... Okay. Ich bin bereit für den Ruheglick. Bombsche Wagen von rechts nach links. Ui, hätte das denn sein Bunk schon ne Runde fliegt. Der bleibt doch stand. Was, hängst du? Ja, warte. Du bist schon weiter vorne, ich bin noch hinter, Ralf. Komm mal her, schaffst du das, ich kann die doch wegziehen. Komm schon. Da heißt das so viel Matsch nachmacht. Komm schon raus, Ralf. Zieh uns jetzt alle drei weg. Komm mal her, Ralf. Ja, siehst du, wie geil der Matsch steckt. Ich will mich nicht weiter festfahren, wer steckt wie Rivas. Ja, ich weiß nicht. Nogunnen war weg, ja. Ja, ich weiß. Ja, geht. Ja, hab ihn geworfen. Ja, ich stehe neben dir. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich kann das weg machen. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, wo ist die denn? Ja, wo ist die denn? Ja, was ist der? Weil wir beide auf dem Fuß verstecken. Das ist eine große Herausforderung. Steck's. Nee, ist ja reif. Bin nicht richtig steig. Kann ich nicht mal... ...wird schon reinhalten. Hä? Er hat was drauf gemacht. Hier ist der Tor nämlich an. Nach oben. Da rechts was. Da rechts. Ja. Oh ey, der Link, ich darf nur schon beide ziehen. Ich krieg mich fest. Was? Oh, der Reifen ist so schwer. Die Auffahrt jetzt fährt schon. Nee, tauglich. Der Reifen zieh mich jetzt zurück. Der Reifen rückwurz, so komm ich auch raus. Wenn du rückwurz ziehst, hoppseln mich draußen. Ja, guck, ich mach nix. Der Reifen zieh mich zurück. Und so, die geht zurück nicht, wenn du rückwurz fährst. Dann fahr mal bei der Rückwurz. Dann fahr mal bei der Rückwurz. Okay. Okay. Jetzt bleib nach links schon grad aus. Okay, ich mache auf. Dann fahr mal bei der Rückwurz. Ich muss jetzt mal bei der Rückwurz. Ich muss mich rausziehen können. Und dann wäre ich lasst die Rückwurz. Ich Bharg jetzt auf. Jetzt fallen die berg runter und dann. Oh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Fuß ist eine Schwung. Gehen an, ja. Ja, aber er soll einfach kurz mit dem Weg zurückgehen. Ja, ich sehe nicht, du fandest. Wie geht's doch hier? Ja, ich sehe nicht. Na ja, je nachdem man reift zuerst. Ich werde nicht, was machen wir jetzt. Sag kurz, wo soll ich hin? Ich sag gerade erst weiter, wo du gefahren bist. Ja, aber da gibt es ja auch. Ja, da gibt es aber auch eine Abbiegung. Ich meine, hier geht es ja auch hin. Ja, hier gibt es ja... Ich sag einfach mal, jetzt kommt, hier drückwünschen. Halt das durch. Bei dem roten Baum, also weil die Pfütze sind eine Baum herunter und Kallos durch den Baum durch. Ja, da sieht es gerade aus, da ist ein roter Baum. Da geht es hoch. Ja, das ist ja auch ein roter Baum. Ich meine, nochmal ein Motor aus. Ja, da ist der Motor abstehen. Ja, da ist der Motor abstell. Da kann ich mit dem Menschlau aussteigen. Ja, da kann ich mit dem Menschlau aussteigen. Ja, da kann ich mit dem Menschlau aussteigen. Hund, oh. Ja, da ist der Motor. Ja, da kann ich mit dem Tischlau aussteigen.